Ich habe ein paar intelligente und gebildete Menschen hier kennengelernt. Ist er geladen? Nein, nein, es sind nur noch zwei Schüsse. Ja, lad ihn, lad ihn, lad ihn, lad ihn, lad ihn! Hey, du Vollidiot! Heute küsse ich niemanden zur Begrüßung, das ist eklig. Oh, hi! Willkommen Herr! Ach, ich zeige Ihnen die Stadt so ein bisschen, so ein paar so ausgefallene Sachen, so wie eine kleine Los Angeles Kulturtour. Sie sind doch nicht wütend wegen Gästen. Nein, ganz und gar nicht, ich verstehe das alles durchaus. Mein Auto fuhr von selber und zehn Minuten darauf fand ich Ihre Zunge in meinem Mund. Das war nicht meine Zunge, das war ein Lutschbonbon. Sehen Sie, dein Busen fühlt sich merkwürdig an. Oh, das ist nur, weil er echt ist. So jung ist sie gar nicht mehr, sie wird 27 in vier Jahren. Ich habe gründlich über mich nachgedacht und ich will ein Mensch werden, für den du hierbleiben möchtest. Beispielsweise, ich bin ein Mann, der weinen kann. Also gut, normalerweise, wenn ich mich verletze, aber es ist ein Anfang. Ich bin froh, dass ich keine Frau bin. Ich würde bloß immer da sitzen und mit meinen Brüsten spielen. Was ist das? Ein Erdbeben. Wie stark ist das, Harris? Ich gebe Ihnen vier. Steve Martin in L.A. Story Ab 20. Juni im Kino. Fernsehen! An statistics auf der Ebene An hinten haben wir uns amount und hier von der Wasser in nước